Damit alle Leute im Winter rausgehen können, brauchen sie ja eine Kappe oder Handschuhe. Und der Winter kommt bestimmt. Es ist bereits Mitte September, es ist nicht mehr so warm wie die letzten Wochen. Und ich glaube, das Thema Heizung wird je länger je wichtiger, wenn wir es vorausschauen. Und was Energieveränderung, Energieeffizienz betrifft, ist vorausschauen ein sehr guter Tipp. Und diese ziehen die Kappe an und vielleicht brauchen wir ja eine neue Heizung. Der Anlass geht um das erneuerbare Heizen, um Energieeffizienz. Und wir hoffen, dass in der nächsten Stunde ein paar Fragen geklärt werden können und so ein Blumenstrauss Informationen an sie herkommt. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Gut hier gelandet, zertifiziert und unter den aktuellen Umständen. Mein Name ist Andreas Fröhlich, ich bin von Energiezukunft Schweiz. Und wir freuen uns, Sie zu beraten und diesen Abend zu begleiten. Natürlich bei der Leim haben spannende Referenten und die Aussen Fachpartner, verschiedene Experten, die ganz persönlich Ihre Fragen stellen können. Also die Veranstaltung ist nicht fertig nach dem Referat, sondern sie ist eigentlich dann fertig, wenn wir vielleicht mit dem Aperoglas rumstehen und noch die eine oder andere Frage zum persönlichen Eigenheim haben. Und dass das ein wichtiges Thema ist, das sieht man immer wieder, auch wenn man das Radio anstellt. Solare, Strom spare, Strom spare, zum Heizen, komm nimm jetzt doch die Sonne, auf deinem Dach wird Strom vielleicht gleich gewonnen. Ja, oder man gehört Lieder wie »Venus vor Einach«, »Seht's und geh mal in dem Saal«, »hut mal mal so einen Bau, wot ich auch«. Ja, und das muss man ja meistens die Gebäudehülle ja meistens zuerst machen. Es gibt Leute, die würden alle die Wege ein, ihr Stuben sitzen und es würde ziehen. Die würden nicht alles Geld verheizen, nein, weil sie dämmige hei. Es braucht auch eine Gebäudehülle oder man kennt es gerade da in der Region, das Lied von »Schönebuch« bis »Ämmel«, »Von Belche bis zum Rhein«, bevor das Holz vergämmel, »Komm, rühre es in den Ofen rein«. Also ein »Blade-Voyer« verholt, »Heitiger« in dem Sinne. Oder man sagt sich »Eine Erde sondenweiss wie Schnee«, »kannst tief im Boden gseh, jeh.« »U die Steuerung kannst du machen nicht im Haus«, »bequem vom Sofa aus«, »für die Sondenweiss wie Schnee«, sodass man dann eben sagen »Time to say goodbye«, »Mei Erdöl, mei Ruess und mei CO2«, »I wär me effizienter daheim«, »Und Wartig brauche ich fast dich heim«. Ja, weil die kostet nicht mehr so viel Geld auf der Welt. Und darum kann man vielleicht noch sagen, was dann auch noch kommt im zweiten Teil des Referats. »Das ewig verschiebe, mein Häuschen zu sanieren, dabei voller Liebe, hilft dir die Bank zu finanzieren.« Ja, und es bleibt mir vielleicht noch zu sagen, »Wer kennt die Welt vor Schönen?« »Wer mit Pumpi?« »Wer mit Pumpi?« »Wohne so eine warme Stube gibt?« »Wer meint das denn mit der fast Verlumpi?« »Merkt, es gibt Fördergelder?« »Das ist der Hit«. Genau, also das werden wir auch noch etwas thematisieren. Und vielleicht zum Schluss noch einfach vielen Dank, dass ihr überhaupt hierher kommt. Kennt ihr das Geschichtli schon? Von der Info aber, die hat stattgefunden. Und oho, die Leute sind alle hergekommen. Das ist gänges Risiko, aber wir sind alle froh, dass euch das hat Wunder genommen. Und nicht nur das Apero.« Aber das gibt es natürlich auch. Und das wird dann Frau Vögelli nachher eröffnen. Jetzt aber zuerst zu dem Referat. Und da gebe ich gleich weiter. Herzlichen Dank und viel Vergnügen heute Abend. Und viel Information. Guten Abend, geschätzte Anwassende. Also ich muss so sagen, die Messlatten nach dem Intro ist ja gottfriedlicher hoch. Ich werde mich natürlich auch noch auf der technisch-politischen Seite ansiedeln. Ich erspare Ihnen auch meine Gesangskünste. Die gehört nur meinem Mann zu Hause, wenn wir per Zufall gleichzeitig im Bad sind. Die Hausbesitzer investieren wie nie zuvor ins Energiesparen. Das stand in einem Zeitungsartikel, der am 20. August in einer Tageszeitung erschienen ist. Man hat dort festgestellt, dass in den vergangenen Jahren vor allem die Sanierung von Gebäudehüllen bezüglich Wärmedämmung in Vordergrund gestanden sind. Jetzt aber ist der Treiber für den momentanen Boom ganz klar der Heizungsersatz. So sagt Emil Roger Nufer, der ist beim Bundesamt für Energie zuständig für das Gebäudeprogramm. Es ist im Markt angekommen und auch bei der Bevölkerung, dass die fossilen Heizungen nicht zukunftsträchtig sind und dass es wirtschaftlich erneuerbare Systeme zur Verfügung stehen. Und hier geht es bei unserem Anlass darum, wie wir es schon gehört haben, erneuerbare Heizen. Es freut mich sehr, dass ich Sie im Namen der Gemeinde Reinach von unseren Referenten und den Partner hier begrüssen darf, als zuständige Gemeinderätin für den Bereich Umwelt, Fair und Entsorgung. Und es freut mich auch, dass Sie so zahlreich gekommen sind. In meinen Augen ist das immer ein anspruchsvolles Thema. Oh, jetzt muss ich eins zurück. Jetzt bin ich schon zu weit. Wunderbar, danke schön. Ich möchte einen Schlenker machen zum Kanton. Wir hatten die letzte Sitzung mit dem Kanton und der Kanton hat natürlich ebenfalls seine Ziele, ebenfalls seine Richtlinien. Man sieht ganz klar, dass natürlich der Energieverbrauch die Gigawattstunden noch drastisch anbekommen muss. Auf der anderen Seite, logischerweise, der Anteil an erneuerbaren Energien gesteigert werden muss, wenn man das Ziel, das sich der Bund gegeben hat und das sich der Kanton natürlich anschließt, mit Netto 0, 2050 möchte erreichen. Das Ziel, das kann man nur erreichen, und das wissen wir alle, die da sind, wenn ein rascher Wechsel auf die erneuerbaren Energien stattfindet. Es ist interessant, der Paragraph 2, der hier mehrmals zitiert wird. Der Kanton hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 den Energieverbrauch um 40% gegenüber im Jahr 2000 zu senken, und das ist ohne Mobilität. Wir reden hier von 6'500 Gigawattstunden. Und auf der anderen Seite, logischerweise, ist das zweite Ziel des Kantons verankert im Energiegesetz, dass man die erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch steigern will bis zum Jahr 2030 erstaunlicherweise auf 40%. Wir werden dann in 10 Jahren mal sehen, wo wir stehen. Gleichzeitig hat man uns die Energieperspektiven präsentiert. Sie sehen hier, was rot umrandet ist. Das sind Themen, wo Sie auch heute so mehr darüber erfahren werden. Man weiss, dass durch die Umstellung auf die erneuerbaren lokalen Energien, wie Umgebungs- und Artwärme, Sonnenenergie, Holz- und Fernwärme die CO2-Emissionen drastisch reduziert werden können. Es ist nicht nur ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz, sondern es ist auch ein wertvoller Beitrag zur Wertschöpfung hier in der Region. Oben links in unserer Region Nordwestschweiz sehen Sie das Thema Wärmepumpen. Aktuell sind wir bei 0,3 Millionen. Der Sollwert ist 1,5 Millionen. Ich denke nicht, dass wir diesen heute so erreichen werden. Aber ich bin trotzdem der Meinung, jeder Beitrag, der geleistet wird, ist ein wertvoller Beitrag, der uns helfen wird, die Energiewende herbeizuführen. Wie das möglich ist, das haben wir schon gehört. Das werden Ihnen die Referenten konkret aufzeigen. Und jetzt freue ich mich sehr auf den Anlass und möchte gerne dem Herrn Sven Roth von Energie, Zukunft, Schweiz das Wort übergeben. Schätzte Damen und Herren, Sie müssen die Entscheidungen tragen. Wir, die jetzt entscheiden, tun nicht mehr so viel konkret, direkt an den Entscheidungen, von den Entscheidungen gespüren. Warum ein Programm erneuerbar heizen? Man sieht es hier sehr gut auf dieser Folie. In der Schweiz wird es immer wärmer. Und zwar überdurchschnittlich. Global gesehen haben wir bis jetzt eine Erwärmung um 1 Grad Celsius. In der Schweiz sind wir bei über 2 Grad Celsius. Und da hat sich der Bund Gedanken gemacht, oder auch müssen sie Gedanken machen. Wir haben es eingangs schon gehört, das primäre Ziel ist Netto 0, 2050. Jetzt schafft man dorthin und man muss da einiges machen. Weil es ist immer noch so, dass über 50% der Eigentümer überlegen sich nicht wirklich eine Alternative von fossilen Heizsystemen beim Ersatz. Das sind über die Hälfte. Und es ist heute schon so, als erneuerbare Heizsysteme ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben. Das werden wir sicher später auch nochmal im Detail hören. Und denkt daran, wenn ihr jetzt eine Heizung installiert, dann ist sie installiert für die nächsten 20 Jahre. Also jedes fossile Heizsystem, das eingebaut wird, das ist eigentlich eine verpasste Chance für die nächsten 20 Jahre. Was will das Programm Erneuerbar Heizen, das vor dem Jahr vom Bund lanciert worden ist? Es will euch, Gebäudeneigendümer, eigentlich dazu bewegen, ein erneuerbares Heizsystem zu installieren. Man will den Umstieg erleichtern. Und zwar will man eben die angesprochene schnelle Reduktion vom CO2 erreichen. Man hat nämlich gemerkt, dass über die Gebäudehülle, was lange propagiert worden ist, Gebäudehülle vor Technik, dass man dort zu wenig schnell ans Ziel kommt. Weil die Heizsysteme haben viel schnellere Erneuerungsrate und es ist vieles grösseres Potenzial. Das Programm Erneuerbar Heizen soll Informationen bringen, soll euch eigentlich wirklich das Werkzeug in die Hand geben, damit ihr wisst, was sie für ein Heizsystem wechseln sollen. Man sieht hier noch ein paar Zahlen. Die 30% des CO2 Ausstosses der Schweiz basiert eigentlich, dass wir die Hänge warm waschen können und dass wir ein warmes Food haben. Und als wir unser Ziel erreichen, sind das bis 2050 rund 900'000 Heizungen. Das heisst, pro Jahr sind wir bei rund 30'000 Heizungen, wo wir auf ein erneuerbares System wechseln müssen. Ich denke, da sind wir noch weit entfernt davon. Ich denke auch unsere Fachpartner hier, die Dämenpumpenlieferanten, sie sind auch schon am Kopf schütteln. Das wird sicher ein harten Kampf. Nicht Technologie, aber die Branche ist wahrscheinlich auch nicht im Stand, auch jetzt unter diesen Umständen, überhaupt diese Mengen an Geräten zu bringen. Also wirklich frühzeitig anfangen. Jetzt eine Impulsberotung. Das ist eigentlich das Produkt aus dem Erneuerbar-Heizen, aus dem Programm. Was kommt ihr dort über? Die kommt eine technologieneutrale Berotung über. Und zwar, es wird berechnet, was die Systeme kosten, und zwar auf das Jahr geschaut. Also die Installation und den Betrieb, das ist wichtig. Und da sieht man, wie sich die Kosten aufteilen können. Es ist eine neutrale Beratung. Es ist für euch zu Hause, der Impulsberot der Kontoren, dort konkret auf die Situation bei euch zu Hause eingehen. Schaut, was möglich ist, was nicht. Und ihr bekommt auch eine konkrete Umsetzungsempfehlung über, welche Variante wäre sinnvoll. Es werden auch Kosten berechnet, auch Fördergelder werden informiert, und auch über allfällige Baubewilligungspflichten. Jetzt ist es so, dass wir hier in der Stadt Rheinach für Wärmepumpen in der allgemeinen Bauzone unter gewissen Bedingungen nur eine Meldepflicht haben, und nicht eine Bewilligungspflicht, wie das eigentlich im Kanton Basel-Land gäbe ist. Weitere Informationen kommt ihr hier auf der Homepage von der Stadt Rheinach über. Das ist eigentlich so das Bild, oder? Genau, die Träger, die Träger von diesem Erneuerbarheizen.ch, das ist die Homepage, da gibt es auch weitere Informationen, Detail. Ihr habt dort eine Liste von den zugelohnten Impulsberotern, die ihr suchen könnt, wenn ihr eine Impulsberotung mötet, auch nach diesem Anlass noch. Heizen Sie mit einheimischer erneuerbarer Energie. Die Naturkantinen erneuerbar heizt und rutscht Sie ab, ein Programm von Energie in Schweiz. Herzlichen Dank! Ja, geschätzte Damen und Herren, guten Abend. Es freut mich sehr, dass so viele Leute den Weg in den Saal gefunden haben. Es ist jetzt doch fast anderthalb Jahre her, wo wir das letzte Mal so eine Infoveranstaltung haben dürfen begleiten. Mein Name ist Chris Knellwolf, ich bin im Namen der Firma Stibel Eltron hier. Wir sind Spezialist für Wärmepumpe, seit über 40 Jahren in der Schweiz tätig. Und ich darf Ihnen in den nächsten 10 Minuten ein bisschen unser Thema näher bringen, damit Sie eine Ahnung haben, was wir alles machen mit einer Wärmepumpe und was es da für Möglichkeiten gibt. Ich möchte ganz kurz anfangen mit dem Thema, ja, was ist das Wärmepumpe? Sie haben es von Herrn Roth gehört, es haben sich immer noch sehr viele Leute nicht damit auseinandergesetzt, vor allem bei einer Sanierung. Ich fange mit der guten Nachricht an. Im Neubau ist das erneuerbare Thema eigentlich schon sehr, sehr lange State of the Art. Sie sehen das auf der orange Linie, das heisst seit der Grund 10 Jahre, ja gut 10 Jahre, 15 Jahre eigentlich schon bald, haben wir im Neubau sehr einen hohen Anteil von über 90 Prozent von erneuerbaren Heizsystemen. Das ist sicher mal die gute Nachricht vorne weg. Und wie es aber Herr Roth gesagt hat, wenn wir jetzt in die Sanierungen schauen gehen, dann sehen Sie hier auch wieder die orange Linie, die dunkle orange Linie ist noch nicht ganz so hoch bei der erneuerbaren, bei der Sanierung, sondern eben viele Leute tun sich leider heute immer noch nicht überlegen, soll ich von einer fossilen Heizung auf ein erneuerbares System wechseln. Ich wäre jetzt ein wenig optimistischer und hätte gesagt, 2021 haben sich die Kurve möglicherweise schon geschnitten, es hört leider im 17. Jahrhundert aus, aber trotz allem haben wir noch viel Luft gekauft und Sie haben es gesehen, um die Energiestrategie 2050 zu erreichen, reden wir von rund 1,1-1,2 Millionen Gebäuden, die man noch sanieren müsste. Also die Arbeit wird uns definitiv nicht ausgehen über die nächsten Jahre. Jetzt Wärmepumpe. Ist für viele so ein Buch mit sieben Siegel und wir haben Ihnen hier einen ganz kurzen Clip mitgenommen, der Ihnen hoffentlich einfach erklärt, wie so ein Ding überhaupt funktioniert. Heute ist das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe unser Thema. Das ist eigentlich ganz einfach. Eine Wärmepumpe arbeitet wie der Kühlschrank in Ihrer Küche, nur umgekehrt. Eine Kühlschrank zieht den Nahrungsbild in die Wärme und transportiert diese Wärme zu den Wärmetauscher auf der Rückseite. Jetzt stellen Sie sich doch einfach mal vor, dass der Wärmetauscher Ihre Fußbodenheizung ist und Ihre Wärmepumpe, den Erdreich, der Luft oder dem Grundwasser die gespeicherte Sonnenenergie entzieht und sie an das Heizsystem im Haus weitergeht. Also ganz simpel. Damit das Prinzip Wärmepumpe funktioniert, braucht das Heizsystem natürlich Energie. Den Kühlschrank schießt man ja auch an Strom an. Grob berechnet man den Energieverbrauch im Verhältnis 5 zu 1. Sprich, für bis zu 5 Teile kostenlose Umweltenergie braucht man 1 Teil Betriebsenergie. Wenn Sie hier grünen Strom nutzen, tun Sie etwas für unser Klima und sind unabhängig von Höhe und Gas. Das ist doch prima! Das ist eine Wärmepumpe erklärt im Schnelldurchlauf. Sie haben gesehen, es funktioniert hauptsächlich mit Energie aus der Luft oder von der Sonne hauptsächlich. Das heisst, sie nutzen zu einem grossen Teil kostenlose Energie aus der Umwelt. Sie haben vorhin auch gesehen, es gibt drei Typen, die man unterscheidet bei der Wärmepumpe. Wenn wir links anfangen, eine sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Luft bedeutet die Energiequelle, also dort wo man die Energie hernimmt. Und Wasser, der zweite Begriff nach dem Strich, ist immer das System, wie man die Energie im Haus verteilt. Ich gehe davon aus, alle Heizen entweder mit Radiatoren oder Fussbodenheizung. Das heisst, man hat das Wasser geführt zum Verteilsystem im Haus. Die Variante, die in der Sanierung sehr häufig eingesetzt wird, bei der Sonnenwasser-Wärmepumpe, haben wir die Erdzone, das Erdreich, die die Energie zum grossen Teil liefert. Das ist vor allem im Neubar sehr beliebt, aber sicher auch in der Sanierung immer wieder ein Thema. Was es ebenfalls gibt, ist eine sogenannte Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Dort greift man auf das Grundwasser zu, als Energiequelle. Das ist eine Variante, die sehr effizient ist, aber nicht sehr häufig eingesetzt wird. Wie ich es vorhin erwähnt habe, Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sicher das beliebteste Modell bei uns, wenn es um das Thema Sanieren geht. Hier müssen Sie wissen, es gibt zwei Varianten, die ich Ihnen hier mitgenommen habe. Und zwar sprechen wir entweder von einer innenaufgestellten Variante oder von einer aussenaufgestellten Variante. Wie es der Name schon sagt, ist bei den innenaufgestellten Varianten, Sie sehen es hier beim Haus aufgeschrieben, die ganzen Gerätschaften im Haus. Sie haben logischerweise keinen Platzbedarf im Garten, es ist sicher auch die optisch die schönste Variante, wenn man es so etwas vergleicht, was ist das Richtige für mich, weil halt alles im Haus steht. Was es natürlich auch gibt, oder vor allem wenn Sie vielleicht beschränkte Platzverhältnisse im Haus haben, dann gibt es eine sogenannte aussenaufgestellte Variante. Der Vorteil hier ist natürlich, Sie haben die ganze Technologie hinter dem Haus oder neben dem Haus und sparen so Platz. Sie können vielleicht sogar einen Tankraum umnutzen und eine schöne Sauna daraus machen oder irgendetwas, wer weiss. Das ist sicher der Vorteil hier. Nachteil ist logischerweise, Sie brauchen Platz im Garten. Das hat nicht jeder. Und der Vorteil bei dieser Variante ist sicher auch, es ist von den Investitionskosten her die günstigste Option bei der Wärmepumpe. Aber das ist so etwas für jeden individuell. Mir ist einfach wichtig, dass Sie das mitnehmen, dass Sie wissen, es gibt die zwei Varianten, die Sie bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe wählen können. Jetzt, wenn Sie möchten wissen, wie es so läuft mit der Sanierung, dann möchte ich Ihnen nochmal einen Clip zeigen. Der ist ein bisschen länger als der erste. Da haben wir eine Sanierung mitverfolgt, eben mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sie werden es nachher sehen. Das ist eine innen aufgestellte Variante. Man ist von einer Ölheizung gekommen, hat sie rausgenommen und hat sie durch eine Wärmepumpe ersetzt. Und wie das von A bis Z von Starten geht im Zittraffer, das sehen Sie in den nächsten zwei Minuten. Die alte Heizung hat sehr warm, sehr gut funktioniert. Mit der ist aber wirklich ein alter Auto. Da weiss man manchmal schon nicht, woanders es noch läuft. Aber wir sind über den Salz auseinander gesetzt. Es ist unsere Zeitpunkt zerwürdig gewesen. Vor allem, dass der in der Heizklinik war. Die Heizklinik war imก bei einem gesetzlichen Nervaisen, wo der einsatz Hola-Positive-Brennstoffe der einsatz CO2-3 funktionieren. und schon mehr. Und wir müssen noch nicht mehr sein, als wir sagen. Null in der Zeitdrecherse, der wir in der Kuhn-Kunz sind. Und da ist die Wärme-Bump-P einfach die beste Reste. Die Wärme-Bump-P passt sich immer präzise, effizient und Wärmebedarf an. Das ist ein wenig wie ein Spitzensport. Da kann man nicht immer nur Vollgas geben. Und da muss man möglichst effizient sein. Das ist ein wenig wie ein Spitzensport. Das ist ein wenig wie ein Spitzensport. So, ich hoffe, das hätte Ihnen einen guten Eindruck vermitteln können, wie es mit so einer Senierung ablaufen könnte. Wenn wir über Kosten sprechen, Herr Roth hat es vorhin schon erwähnt, dann können Sie auf der erneuerbaren Heizen-Webseite einen Heizkostenrechner brauchen. Ich habe hier ebenfalls ein Beispiel mitgenommen. Wenn wir über eine Wärme-Bumpen sprechen, dann ist es sicher das Thema, dass die Wärme-Bumpen im Verhältnis zu anderen Wärmeerzeugern einen relativ hohen Investitionskostenanteil hat. Wir reden bei einem Luft-Wasser-Wärme-Pumpen-Projekt schnell einmal von irgendwo 30'000 Schweizer Franken. Oder wenn man mit einer Erdzone heizen möchte, ist natürlich die Bohrung ein wesentlicher Nachteil. Dann sind wir schnell bei 50'000 Franken, wo es ein Projekt etwa kosten könnte. Jetzt machen Sie aber bitte den Fehler nicht und vergleichen Sie einfach nur den Aufwerten, sondern schauen Sie auch auf die Betriebskosten. Und das ist hier genau das umgekehrte Bild. dass Sie natürlich mit einer Erdsonde oder auch mit einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpe bedeutend tiefere Betriebskosten haben. Und wenn wir das noch über eine Lebenszeit mixen, dann sieht es eben auch immer noch sehr, sehr attraktiv aus. Also das heisst, über die ganze Lebenszeit aus fahren Sie mit einer Wärme-Pumpe nach dieser Rechnung immer noch am besten. Und wie gesagt, das sind Zahlen, die können Sie auf Ihre Gemeinde nach Ihrem Stromtarif selber einmal nachrechnen. Machen Sie das ungeniert? Das sind Zahlen vom Bundesamt für Energie, die hier hinterlegt sind. Das hat nichts mit Stipeleltern selber zu tun. Jetzt langsam wird es wieder etwas kühler. Jetzt denken alle an das Heizen. Trotz allem, gut, diesen Spruch kann man ja nicht bringen, im Sommer wollten alle kühlen. Das ist ja etwas anders gelaufen. Trotz allem, wir sehen bei uns, dass die Nachfrage sehr stark immer noch steigt durch Wärmepumpe, die auch kühlen können. Und die Wärmepumpe ist das einzige Heizsystem, wo Sie ebenfalls das Gebäude kühlen können. Und zwar funktioniert das ja so, dass man eigentlich einfach das System wie umkehrt und entsprechend kühleres Wasser durch die Fussbodenheizung zirkulieren lässt. Wichtig ist, Sie können das nur mit Fussbodenheizung machen, nicht mit Radiatoren, sonst fangen die an zu schwitzen, so wie Sie es haben, wenn Sie kalte Flaschen zum Kühlschrank ausnehmen und auf den Tisch stellen. Das wäre nicht so gut. Aber wenn Sie Fussbodenheizung haben, können Sie sich das überlegen. Das ist eigentlich ohne grosse Zusatzkosten verbunden und bringt Ihnen einfach die Kerntemperatur vom Gebäude um 1-2 Grad runter. Das heisst, Sie haben nicht eine Klimaanlage, aber Sie haben trotzdem ein angenehmeres Klima, wenn Sie mal einen warmen Sommer haben. Und wenn Sie dann wählen können, soll es im Schlafzimmer jetzt 25 oder 27 Grad sein, ja, wir nehmen glaube ich alle lieber die 25 Grad. Und so wäre ich schon bei der Zusammenfassung von dem Wärmepumpen-Crash-Kurs. Wie gesagt, wenn Sie mit einer Wärmepumpe heizen, heizen Sie logischerweise ohne CO2-Ausstoss, weil Sie halt eben die Umweltenergie nutzen, besonders wenn natürlich der Strom vom eigenen Dach kommt. Da wird nachher mein Nachfolgereferat Ihnen sicher noch viele spannende Infos dazu geben. Es ist eine Investition, die sich rechnet. Eben wie gesagt, wenn Sie vor allem die Lebenszeit und die Betriebskosten anschauen, Sie gewinnen Platz im Keller, vor allem mit einer aussenaufgestellten Version. Es ist eine Heizung, die sehr, sehr leislich ist. Sie bringt trotz sehr tiefen Temperaturen immer noch sehr hohe Vorlauftemperaturen. Also auch wenn Sie Radiatoren haben, dann können Sie problemlos heute auch mit einer Wärmepumpe heizen. Da hat sich die Technologie extrem weiterentwickelt. Dann wie erwähnt, können Sie auch kühlen mit der Wärmepumpe. Sie haben, wenn Sie von einer Ölheizung noch kommen, künftig keinen Ölgeruch mehr. Da werden Sie sich, denke ich, auch daran gewöhnen können. Und heute auch das Date of the Arts, Sie können das Heizsystem mittlerweile vom Telefon aus mit einer App steuern. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Björn Fanghauser. Ich bin Kundenberater bei der Firma Axova AG in Sissach. Ich bin heute ein bisschen in einem Exot hier unter unseren Referenten, weil ich rede nicht über Heizungen, obwohl es im heutigen Abend über Heizungen geht. Ich rede über die Energie, die wir nachher verheizen können quasi. Und zwar, wenn wir die Energie selber auf dem Dach herstellen. Und dazu möchte ich euch ein paar Informationen liefern. Wir sind in Sissach zuhause. Die Bau der Solarstromanlage seit genau zehn Jahren. Ich bin vorhin gerade noch einmal im System gesehen. Wir haben Erfahrung von heute genau 1111 Anlagen. Das ist ein Riesenzufall. Weil wir ja heute nicht primär um Solarstromanlagen reden, sondern von Heizungen, möchte ich ganz zuerst einen kleinen Exkurs machen, dass wir nachher alle vom Gleichen reden. Und zwar, wenn wir von Sonnenenergie reden, reden wir eigentlich von zwei verschiedenen Sachen. Wir reden einerseits von der Solarthermie. Das wird genutzt, um direkt Wärme herzustellen auf dem Dach. Selbstverständlich, die Wärme kann man auch für Heizungsunterstützung oder für Warmwasser brauchen. Das andere ist die Photovoltaik, also Solarstrom. Über Solarstrom wollen wir heute ein bisschen mehr reden. Das ist die moderne Energie als die Solarthermie und vor allem die vielseitigere Energie. Und über das wollen wir heute ein bisschen reden. Was brauchen wir, damit wir so eine Solarstromanlage betreiben können? Wir brauchen ein Gebäude. Ein Gebäude mit einem Dach. Völlig egal, was für ein Dach. Hier steht jetzt möglichst nicht gegen Norden. Inzwischen ist man so weit, dass man zum Teil sogar schon auf Norddächer etwas drauf tut. Idealer ist natürlich, wenn es Süden, Osten oder Westen ist. Das passt natürlich perfekt. Immer wie mehr können wir auch Fassadenanlagen zum Beispiel oder man kann auch Balkongeländer nutzen, zum Strom erzeugen. All das ist heute möglich. Die Situation heute. Die Situation heute bei Solarstromanlagen funktioniert so, dass der produzierte Strom, den ihr selber produziert, auch selber nutzt. Das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Vor ein paar Jahren haben wir Strom produziert und haben eigentlich den ganzen Strom eingespiesen und haben, wenn der Strom braucht, auch wieder einkaufen müssen. Das ist heute nicht mehr so. Heute kann man oder soll man den Strom selber brauchen. Erst wenn alles im Haus mit Strom versorgt ist und ihr noch mehr Strom produziert, dann einspeisen. Also der Überschuss wird eingespiesen, wird zählt und selbstverständlich auch vergütet vom EW. Weiter ist auch, dass es immer noch Förderungen gibt. Es gibt eine Einmalförderung. Das ist sehr, sehr spannend. Das gibt es auch bis auf Weiteres. Das ist jetzt gerade wieder verlängert worden. Es gibt einen schönen Batzen daran. Das gibt es nicht, wie wir vorhin bei der Heizung gehört haben, vom Kanton, vom Gebäudenprogramm. Das gibt es vom Bund. Auch ganz schön, hat auch schon ein paar zur Entscheidung geholfen, ist der Steuerabzug. Man kann so eine Anlage auch von den Steuern abziehen. Was man ganz klar sagen muss, der Strom, den wir selber machen, ist günstiger. Und zwar viel günstiger, als der Strom, den wir einkaufen. Da komme ich nachher nochmal ein wenig darauf. Das Ziel ist, den Strom, den wir selber herstellen, möglichst zu einem grossen Teil auch selber zu brauchen. Selber brauchen heisst, dass man halt Geräte, die wir im Normalfall brauchen, wo man jetzt 30 Jahre zum Beispiel gelernt hat, dass man immer Geschirrwaschmaschinen erst um 9 Uhr zu oben anlässt, dass man halt die durch die Tage anlässt, wenn es schön ist, solche Sachen. Aber ganz wichtig, und da sind wir dann eben beim Schnittpunkt zum heutigen Thema, ist zum Beispiel eine Wärmepumpenheizung. Heute können wir so eine Solarstromanlage so intelligent bauen, dass wir eben der Wärmepumpung können sagen, jetzt haben wir genug Strom vom Dach, jetzt heizen, jetzt das Warmwasser machen, und nicht erst zu Nacht, wenn wir selber nichts mehr produzieren. Und so können wir natürlich einen extrem hohen Eigenverbrauch, Eigenbedarf abdecken im Haus, und so lohnt sich so eine Anlage umso mehr, und so lohnt sich natürlich auch eine Wärmepumpe umso mehr. Wir können aber mit dem Strom natürlich noch viel mehr machen. Im Sommer, wenn wir halt nicht mehr heizen müssen, machen wir halt sicher das Warmwasser damit. Wir haben da auch noch Beispiele drauf, Elektromobilität, das ist ein Thema, das sehr aktuell ist, und ich denke in den nächsten Jahren noch viel aktueller wird. Man kann dann also einfach den Überschuss ins Auto tun. Es gibt ein wahnsinnig gutes Gefühl beim Autofahren. Man hat dann fast ein wenig das Gefühl, man fährt gerade ins Auto. Was man dann auch noch machen kann, ist natürlich den Strom bei sich im Haus speichern. Da tut man dann einfach einen Batteriespeicher in den Keller. Wenn man am Tag zu viel Strom produziert, speichern wir das im Haus, und in der Nacht, wenn wir vom Dach nichts produzieren, können wir dann daraus wieder beziehen. Und erst wenn das alles abgedeckt ist, wenn wir möglichst sämtliche Verbraucher im Haus abgedeckt haben, und wir immer noch mehr produzieren, dann speisen wir halt den Überschuss ins Netz, und eben wie gesagt, das wird dann auch noch vergütet. Wir sehen hier ein paar Zahlen vom Eigenverbrauch. Das sind Zahlen, die sind sehr individuell von Einfamilienhäusern. Also das ist jetzt wirklich einfach nur so ein Standard Einfamilienhaus. Das heisst, der Eigenverbrauch ist etwa 50 Prozent, wenn man alles normale Haushaltgeräte und alles braucht, und das Warmwasser zum Beispiel auch noch elektrisch macht, sind wir bei 50 Prozent. Wenn wir nachher aber noch die Waschmaschinen, Computer, Fernseher, Elektroauto, E-Bike und so weiter beginnen zu verbrauchen, Wärmepumpe beginnen zu verbrauchen, dann sind wir schon bei 60 Prozent. Und wenn wir dann noch einen Speicher installieren, sind wir tatsächlich schon bei 70 Prozent. Wie gesagt, das sind wirklich grobe Zahlen. Da rechnet euch der Installateur auf eures Haus genau aus. Und dann kann ich ungefähr sagen, was das dann bei euch wird sein. Ich habe vorher gesagt, der Strom, den wir selber produzieren, ist deutlich günstiger als der, den wir einkaufen. Das sehen wir auf dieser Grafik. Wir sehen auch die drei, vier EV aus von der Umgebung, die um die 25, zwischen 20 und 25 Rappen heuschen für das Kilowattstund Strom. Dort ist natürlich nicht nur der Strom, sondern dann sind natürlich auch alle Abgaben, Netzabgaben und so dabei. Aber pro Kilowattstund zahlen wir dort. In eurem Fall sind jetzt gute 25 Rappen. Und auf nächstes Jahr ist ja schon angekündigt, dass es über ein paar Rappen teurer wird. Das heisst, es wird noch viel interessanter. Wenn man jetzt das kleine Bildchen Ihren Solarstrom anschaut, sind wir wirklich einfach sehr, sehr deutlich günstiger. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als für jedes Kilowattstund, das ihr selber produziert, selber brauchen könnt und durch das keines einkaufen müsst, sparen wir knappe 18 bis 20 Rappen. Und wenn ihr das auf ein Haus ausrechnet, das komplett elektrisch geheizt ist, das braucht, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 8.000 und 12.000 Kilowattstunden. Je nach Dämmung, je nach Grösse, auch hier wieder sehr individuell. Und dort, wenn man 50 bis 60 Prozent von diesem Strom selber brauchen kann, muss man kein wahnsinnig guter Mathematiker sein, um zu merken, das lohnt sich wirklich. Lohnen tut sich nicht zuletzt auch wegen Fördergelder. Fördergelder gibt es im Moment auf alle Neuanlagen. Und zwar wird das so gehandhabt, dass es für jede Anlage, die ihr baut, gibt es einen Grundbeitrag, der ist immer gleich, das ist 700 Franken. Und nachher pro Kilowatt, die ihr aufs Dach dient, gibt es zusätzlich noch mal 380 Franken. Das heisst, je grösse die Anlage, je mehr Geld bekommt ihr dann auch vom Bund zurück. Sehr, sehr spannend. Das hat dieses Jahr etwas geändert. Früher hatte es einen grösseren Grundbeitrag und einen kleineren Leistungsbeitrag. Das hat die Leute dazu verführt, kleinere Anlagen zu bauen. Und dann hat man aber gemerkt, für das Ganze müssen wir eigentlich möglichst grosse Anlagen haben. Und das hat man jetzt so geändert, dass es einen kleineren Grundbeitrag gibt, dafür mehr Leistungsbeitrag, sodass die Leute motiviert werden, die Dächer so gut wie möglich zu füllen, wenn man schon Platz hat. Und das macht natürlich für die ganze Energiewende absolut Sinn. Wir haben vorhin gesehen, wie viele Kilowattstunden oder Gigawattstunden Strom erneuerbar müssen in den nächsten Jahren und darum ist das Ziel natürlich ganz klar, so viel wie möglich zu machen. Die Einmalförderung, die ihr da bekommt, da gibt es verschiedenste Firmen, die euch das vorfinanzieren, weil es geht ein Jahr anderthalb, bis ihr das vom Bund bekommt. Fragen euch einen Installateur, ob er euch das vielleicht vorfinanziert, dann müsst ihr nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen. Zusätzlich, habe ich vorhin auch schon kurz angedeutet, ist es steuerabzugsfähig. Im Steuerabzug gibt es etwa 20 bis 25 Prozent der Sparnisse von der Nettoinvestition. Also auch das ganze schöne Patzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier haben wir ein kleines Beispiel, was so eine Standardanlage Einfamilienhaus eher ein kleineres Einfamilienhaus ist. Sagen wir, knapp 9 Kilowatt Peak ist die Anlage. Das würde etwa 9600 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren auf eurem Dach. Das braucht etwa 45 Quadratmeter Dachfläche, also nicht wahnsinnig viel, sind wir bei Kosten von etwa 22'300 Franken. Wenn wir jetzt die Einmalförderung von 4'086 Franken, die ausgerechnet ist, auf das abziehen, plus die Steuersparnisse, die nochmal rund 3'600 Franken sind, sind wir auf einem Nettobetrag von einer Anlage von rund 14'500 Franken. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute haben gemeint, das kostet viel mehr. Selbstverständlich, es ist immer noch viel Geld. Aber wenn man jetzt eben die Ersparnisse, die wir vorher angeschaut haben, rechnet, dann ist so eine Anlage relativ schnell amortisiert. Zusätzlich ist es so, dass das Geld im Moment nicht viel kostet, dass wir das auch einfach initiieren. Da gehören wir nachher auch noch ein paar Worte mehr dazu, wo wir mehr Verständnis von Geld an sich verstehen. Ich bin schon praktisch am Ende. Ich möchte einfach noch schnell die drei Schritte zeigen, die es braucht, dass man zu einer solchen Photovoltaikanlage kommt. Schritt eins ist ganz klar, einen Termin abmachen mit Installateuren. Für mich ganz, ganz wichtig, oder ich finde das entscheidend, macht einen vor Ort Termin ab. Lasst den Installateur zu euch kommen, der muss sehen, was für eine Wärmepumpe drin ist, was für ein Boiler drin ist, was für eine Umgebung, was für eine Leitungsführung und so weiter. Nur dann kann er eine seriöse Offerte machen. Dann lassen Sie offerieren. Ganz wichtig, zu diesen Offerten gehört immer ein Beratungsgespräch. Da bin ich der Meinung. Zwei, drei Offerten lassen lassen. Die haben vielleicht ein bisschen andere Ideen. Die Ideen anzuhören und die Ideen, die am besten zu euch passt, ausführen. Das wäre das, was ihr machen müsst. Da würden wir euch selbstverständlich auch unterstützen. Das wäre es schon gesehen von mir. Wir sind nachher natürlich auch noch draussen, wenn jemand noch individuelle Fragen hat, die wir sehr gerne beantworten. Ich wünsche euch noch einen spannenden Abend. Wenn man an Erneuerbarheiten denkt, oder wenn man an die Natur denkt, dann verbringt man das in Verbindung mit dem Wald. Wenn man an wohlige Wärme denkt, dann verbindet man das mit einem Feuer. Und bei meinem Referat geht es um die echte Wärme, das ist nämlich um die Holzheizung. Mein Name ist Markus Heizmann. Ich bin Inhaber einer Firma, die sich rund um Holzführungen beschäftigen, sei das Palette, Schnitzel oder die Stückholzheizung. Und das in der ganzen Schweiz. Zum Thema Holz oder zum Rohstoffholz. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Holz ist CO2-neutral. Das heisst, ob das Holz im Wald verrotet oder ob wir es energetisch nutzen, gibt es gleich viel CO2. Wenn man Holz heizt, dann nützt den Wald. Das heisst, wir unterstützen die Waldpflege und das Ganze. Nebst dem ist natürlich das Holz oder die Holzheizung ganz gut. Das ist ein Koppelprodukt vom Nutzholz. Also wenn Sie mit Schweizer Holz bauen, ein Bauprojekt machen, dann kann man ja nicht jeden Ast brauchen, um zu bauen. Und der Rest gibt Energieholz und das kann in einer Holzheizung sehr gut genutzt werden. Wir haben auch noch Potenzial, etwa 5 Millionen Kubik Holz wird genutzt in der Schweiz und etwa 8 Millionen können wir nutzen. Also dort haben wir noch Potenzial zum zulegen. Es gibt drei verschiedene Holzheizungen. Das ist eigentlich noch interessant. Es gibt drei verschiedene Wärmepumpensysteme. Es gibt drei verschiedene Holzheizungssysteme. Die Stückholzheizung ist eine sehr alte Heizung. Es ist ein sehr festes Komfort, den man heute mit einer automatischen Zündung machen kann. Aber es ist sicher ein System, wo man Männer oder Frauenbauer investieren muss, für das tägliche Heizen, für die tägliche Energie, für die tägliche Wärme. Die Schnitzelheizung ist schon etwas automatischer. Sie ist relativ fest automatisiert. Der Schnitzel braucht einfach etwas mehr Platz, weder im Vergleich zu der Pelletheizung. Und die Pelletheizung ist praktisch vergleichbar mit einer Ölheizung. Sie läuft vollautomatisch und gibt einen sehr hohen Komfort. Und in meinem Vortrag für heute in diesem Gebiet gehe ich vor allem auf Pelletheizung ein. Wo kann die überall eingesetzt werden? Klassisch im Einfamilienhausbereich, wenn jemand eine Pelletheizung einsetzt will, im Einfamilienhaus, im Mehrfamilienhausbereich, wo eine Pelletheizung eingesetzt werden kann. In einer Überbauung, selbstverständlich, wenn man viel Energie braucht, kann eine solche Heizung eingesetzt werden, wenn mehrere Häuser zusammengebaut oder zusammengehängt werden. Dann im Gewerbe, selbstverständlich, wenn Raumwärme oder sogar Prozesswärme gebraucht wird. Und zu guter Letzt natürlich in öffentlichen Bauten, in denen so Heizungen eingesetzt werden können. Die Eigenschaften einer Pelletheizung, ein vollautomatisches Heizsystem, geringer Platzbedarf, also überall dort, wo eine Ölheizung Platz hatte, hat auch einen Pelletheizung Platz. Da kann man einen 1-zu-1-Einsatz machen. Es ist ein einfacher Systemwechsel. Und die Pelletheizung passt immer. Also das heisst, die Pelletheizung ist der Joker unter den Heizungen, unter den Heizsystemen. Es spielt keine Rolle, ob wir eine Radiatorenheizung haben, ob wir ein Alzgebäude haben, mit sehr hohen Vorlauftemperaturen, ob wir ein Wärmeverbund haben, wo wir die Wärme in die Linie geben wollen, oder ein Bodenheizsystem. Es geht überall. Wie sieht das so aus in einer Pelletheizung? Hier haben wir den Heizkessel, und hier haben wir das Pelletlager. Das Pelletlager ist jetzt hier in Form eines Gewebetanks. Und die Pellete werden, wie Sie das vielleicht vom Öllastwagen mit einem Lastwagen mit einem Einblosssystem eingeblasen, und von diesem Gewebetank aus dümmer die Pellet mit Luft ansaugen. Also dort haben wir mit diesem Saugsystem ein ganz einfaches Fördersystem, wo man bis zu 20 Meter in Distanz überbrücken zwischen dem Lagerraum und dem Heizkessel. Ein anderes System, wenn man etwas mehr Platz hat, wenn es etwas grössere Gebäude sind, ist, dass man den Öltankraum, hier wäre jetzt der Öltankraum, wo man den Öltankraum rausnimmt. Es umfunktioniert zu einem Pelletlager. Mit einer Schnecke zieht man es vorne und von hierher wieder auf dem Heizkessel saugen und so einen grösseren Pelletlagerraum erschliessen. Wenn wir gar keinen Platz haben im Haus oder wenn wir den Platz für etwas anderes nützen wollen, haben wir selbstverständlich auch die Möglichkeit mit einem erdverleiten Tank, wo man dann im Garten aussen ein Loch grabt, so einen Tank driniert und wieder zu macht und dann kann man den mit Pellet füllen. Auch da sorgen wir es mit dem Saugsystem auf die Heizung. Die Eigenschaften des Pellets sind ökologisch CO2-neutral, das hilft unserem Klima auch. Der nachwachsende Rohstoff ist ein einheimischer, regionaler Rohstoff. Und vor allem, wenn Sie mit einem Haufen Schweizerholz bauen, dann wird ein Haufen gesackt, ein Haufen gehobelt und aus diesen Sägenspönen und aus diesen Hohbusspönen werden die Pellet gepresst. Also das Abholz oder der Rest der Produktion wird zur Pellet verarbeitet und können das zum Heizen brauchen. Einen geringen Anteil an grauer Energie. Viele sagen, ja, aber das ist wahnsinnig. Zu diesen Pelletspressen braucht es sehr viel Energie. Natürlich, Stückholz braucht am wenigsten graue Energie. Das ist klar, wenn man es von Hand spaltet, dann ist es einfach ein Tellersuppe mehr. Aber sonst ist es auch mit einem sehr, sehr geringen Energieaufwand machbar. Natürlich braucht die Hauzeitzung auch einen Strom, einen Betriebsstrom, um die Heizung zu betreiben. Und das ist etwa 1% vom Betriebsstrom, der das braucht, um diese Leistung zu machen. Ja, und zu guter Letzt gebe ich euch noch einen Überblick über Energiepreise, wie viel kostet die Pellet oder was haben sie, wie ist das ungefähr von den Kosten, von den Energiekosten, die sie haben. Man sieht, hier ist 2006 bis 2020, also eine recht lange Zeit, als wir das anschauen. und wir haben das Heizöl, das enorm Schwankungen ausgesetzt ist. Dann haben wir das Erdgas in der blauen Linie. Und das Holzpellet, das ist hier sicher in einer Linie, wo wir irgendwo plus minus 10% haben. Und das Pellet ist nicht am Heizöl angekuppelt. Das zeigt die Grafik, könnt ihr unter www.pelletpreis.ch anschauen. Und wenn man noch zu guter Letzt Elektrizität anschaut, dann sieht man, dass dort sicher auch ein hoher Bedarf da ist. Und das natürlich auch in den Kosten niederschlägt. Das ist soweit zu der Holzheizung. Danke vielmals und ich gebe weiter. Guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der Reifisenbank Rheinach ganz herzlich begrüssen. Warum hat die Bank denn Interesse an der Energieeffizienz von ihrem Haus? Mein Name ist Thomas Leinguber. Ich bin jetzt der Letzte in der Runde. Den Letzten beißen die Hunde. Sie haben jetzt schon viel gehört. Und jetzt kommt der mit den Zahlen. Und vermutlich der mit den Wiederholungen von Sachen, die Sie schon gehört haben. und die Wiederholungen sind sicher gut. Denn dann bleibt es hängen. Und mit den Zahlen gebe ich mir mir, dass ich sie nicht erst lasse. Wieso modernisieren? Das haben wir ganz am Anfang von Sven Roth gehört. Ich glaube, wir sind die Generation, die es jetzt in der Hand hat, etwas zu unternehmen, das die nächsten Generationen vielleicht temperaturmässig etwas besser geht. Weil, und das ist für mich der unterste Satz ist der wichtige. Gebäude, das sind Investitionen in Güter, die langlebig sind. Und wenn ich heute etwas dort rein investiere und ich möchte, dass das nachhaltig ist, dann sind wir, glaube ich, richtig bedient, wenn wir uns jetzt über die Themen, die wir heute Abend gehört haben, die unterhalten. weil das sind die Altlasten von morgen, wenn wir jetzt einfach gleich weitermachen. Dann die Wirtschaftlichkeit, das haben wir heute auch schon gehört, in den verschiedensten Charts. Die Investition am Anfang, die ist höher. Ja, das stimmt. Aber das, was wir über die Zeit dann raus holen, das spricht sicher für sich. Und warum hat jetzt die Bankinteresse, dass sie vielleicht energieeffizienter mit ihrer Liegenschaft umgehen? Liegenschaften verlieren tendenziell an Wert. Man sieht das links. Man kann sagen, pro 10 Jahre verliert die Liegenschaft 2% an Wert. Und im rechten Bild, dort sehen Sie die Säule. Dort sieht man, wenn ich etwas mache, wenn ich stetig saniere und das Haus an Schuhe halte. Mit der blauen Säule sehen Sie, das geht viel weniger zurück, als wenn ich nichts mache mit ihrer Immobilie. Und das ist genau das Interesse für die Bank. Wir möchten eigentlich ein Hypothekarportfolio, das auch nachhaltig überlebt und nicht plötzlich nicht mehr handelbar ist. Wo sie ein Problem haben mit ihrer Immobilie und wir am Schluss ein Problem hätten. dann kommen wir auf das nächste Thema die Energieetikette. Die kennen Sie alle. Wenn Sie nie das Kasten kaufen, ist die Energieetikette. Meistens steht noch dreimal an drauf. Dann geht es vor allem um die Elektrizität, die eine solche Kaste verbraucht. Sie kennen es von einem Auto. Viel Hubraum gleich. Energieeffizienz G, Elektromobil Energieeffizienz A. Und genau die Energieetikette kommt jetzt ins Spiel bei den Immobilien. Und zwar alles wie mehr. In anderen Ländern ist es schon obligatorisch, wenn sie ein Haus verkaufen wollen, dass sie eine Energieetikette mitliefern müssen. Wir kennen das auch schon in den Kantonen der Schweiz, wo das verbindlich ist. Wenn ein Haus die Hand ändert, muss ein Energieausweis mit. Und das hat schlussendlich eine Auswirkung auf den Preis ihrer Liegenschaft. Im Moment befinden wir uns in einem März. Da spielt das noch keine grosse Rolle. Alle werden im Moment eigenheim. Die Preise explodieren, die gehen durch die Ecke. Da stimmt auch das Schadverfahren nicht, dass es so beinahe kommt. Es geht einfach darauf. Aber das ist kein Durchzustand. Der ist nicht nachhaltig. Und das ist ein Thema, das nachhaltig wird. Und das muss interessieren. Jetzt, wie kann ich mich informieren bei der Bank? Also nicht nur über Preise von einer Hypotheke oder was ich mir leisten kann, sondern auch was meine Immobilien angeht. Ich könnte Ihnen hier zwei Beispiele mitbringen, die Sie selber zu Hause stellen können und mit Ihrer Liegenschaft spielen können. Es gibt das Evalo-Tool. Das ist eine simple Lösung, die Sie mit ein paar wenigen Eingaben zu Ihrem Objekt eine erste Auswertung bekommen. Das sind nicht Preise, die sakrosant sind. Es gibt einfach einmal eine Preisetikette, dass man ungefähr weiss, okay, ich habe ein Haus, das ist jetzt vielleicht 40-jährig. Ich habe das eine oder das andere einmal daran gemacht. Aber was kommt denn jetzt konkret auf mich zu? So für eine Zeittachse? Oder was könnte man alles machen? Und wenn Sie dort ein paar wenige Eingaben machen zu Ihrem Haus, Baujahr ist entscheidend. In Kunsthofer habe ich schon einmal etwas investiert in den 40 Jahren, die etwas mit Energieeffizienz zu tun hat. Was habe ich für einen Energieverbrauch? Was für eine Fläche beheizte ich? Das sind die wichtigsten knackigen Sachen, die Sie dort eingeben wollen. und dann spuckt Ihnen das Tool schon einmal etwas aus und sagt, okay, Sie haben im Haus eine Aussenhülle, Sie haben ein Dach, Sie haben Fenster, Sie haben ein Heizsystem. Das sind immer so die wichtigsten energietechnischen Sachen. Sie haben eine Kellerdecke, vielleicht noch eine Nestrichtecke. Das sind dort, wo Energien abgehen und die Heizung, die hier ist, wo die Energie produziert. Es gibt Ihnen einen Nachholzpunkt, das könnte jetzt hier alles machen. und Sie sehen dann oben, kommen wir zu dieser Energieetikette. Sie sehen dann dort auch, wenn Sie sagen, okay, ich entscheide mich jetzt einmal für Aussenisolation und ich entscheide mich für ein neues Heizsystem, dann verschiebt sich das auf dieser Energieetikette. Sehen Sie vielleicht auch, bis jetzt bin ich in D, jetzt komme ich vielleicht richtig C oder B. Und Sie haben auch einen Anhaltspunkt, was eine solche Investition ungefähr kosten könnte. Da dürfen Sie dann nicht verschrecken, wenn Sie diese Zahl sehen, weil die stimmt am Schluss sowieso nicht, weil Sie gehen ja dann zu den verschiedenen Anbietern und gehen sich erkundigen, was Sie machen können. Aber es geht um die Langfrischplanung von Ihrem Eigenheim. Und ich glaube, das ist für alle wichtig, dass man dort einen Plan hat, wie gehe ich eigentlich mit meinem Wohneigentum um. Wenn Sie etwas Neues kaufen, dann haben Sie die ersten zehn Jahre ohne gross etwas, dann haben Sie ein paar Fläscherchen, die Sie immer machen. Und es funktioniert eigentlich alles gut. Aber es lohnt sich vom ersten Tag an, sich Überlegungen zu machen, wenn kommt was auf mich zu in der Lebensdauer von diesem Haus. Und dann kann man nämlich auch Rückstellungen bilden und dann muss man am Schluss vielleicht nicht einmal wegen einer Hypothek bei der Bank beantworten. Das ist jetzt fast die Werbung gegen uns. Wir machen selbstverständlich gerne Hypotheken, aber es geht auch darum, dass man selber Rückstellungen bildet. Alle die, die im Stockwegeigentum wohnen, die wissen das, die machen einen Erneuerungsfonds. Der, der im Haus wohnt, der müsste eigentlich auch so ein Kesselchen auf der Seite haben, wo er einen Erneuerungsfonds hat. Und ein anderes Tool, das auch zur Verfügung steht, das gibt es noch nicht lange, das ist LIVA. Das Tool ist entwickelt worden von Reifeisen zusammen mit unserem Versicherungskooperationspartner Mobiliar. Das Ziel ist primär einmal auf Leute ab, die Wohneigentum suchen. Die können dort ein Suchprofil einstellen und bekommen dann Häuser zur Auswahl. Aber es ist auch für Wohneigentümer. Und als Wohneigentümer ist das interessant, wie sie dort ihre Immobilien quasi verwalten können. Sie haben einen Modernisierungsplaner drauf. Wir können sie auch mit wenigen Angaben in ihrem Haus erfassen. Und dann zeigt sie ihnen auf dem Zeitstrahl, wann ist etwas fällig. Und zwar nicht nur was die Energieeffizienz anbelangt von einem Objekt, sondern auch die anderen Sachen, die fällig werden. Irgendwann kommt mal eine Küche, es kommen mal Leitungen, es kommt mal ein Bad. Und dann hat man auch ein Hilfsinstrument zur Verfügung, wo man einen Plan machen kann, wann kommen was für Investitionen auf mich zu als Wohneigentümer. Dann haben wir schon gehört, Fördergelder vom Bund. Ich glaube, da muss ich nicht weiter darauf eingehen. Das ist schon mehrmals erwähnt worden, dass es das gibt. Aber ich sage dann noch einmal etwas dazu. Und dann die Finanzierung. Das ist eigentlich das, was ich erwarte von der Bank. Wie finanziere ich das jetzt? die Zahlen, die Sie da vorne sehen, sind nicht irgendwie aus der Modelbranche oder so, 80, 20, 33. Sondern das sind so die maßgebenden Zahlen, wenn es um Finanzierungen geht, bei Hypotheken. Die Bank prüft eigentlich, wie weit kann sie eine Finanzierung machen. Das ist die Zahl 80. 80. Also 80 Prozent ist die maximale Finanzierung von einem Verkehrswert von einer Liegenschaft. 20 Prozent ist dann logischerweise Eigenkapital, das man einbringt. Und 33, das gibt eine Auskunft zu der Tragbarkeit. Also kann man sich das leisten, ob man nicht die Richtzahl dort ist, dass der Aufwand, den ich für das Wohneigentum habe, nicht mehr als ein Drittel vom Bruttoeinkommen ausmachen sollte. Also was macht die Bank? Was ist die Voraussetzung für eine Finanzierung? Sie prüft die Höhe von aktuellen, also die aktuelle Hypothekanhöhe im Verhältnis zum Objektwert. Wie hoch sind die Investitionskosten, die sie haben? Sind die Investitionskosten wertvermehrend oder werterhaltend? Also nicht jede Investition, die sie tätigen, ist dann auch gerechtfertigt, dass wegen dem das Haus mehr wert wird. Sondern die Lebensdauer ist einfach am Ende und sie ersetzen das jetzt wieder. Das heisst nicht, dass das Haus mehr wert ist. Aber wenn sie eben etwas oben drauf machen, zusätzlich machen, dann steigert sich der Wert auch für ihre Immobilien. Dann die Tragbarkeit, wie gesagt, die Drittelsregelung, dass der Aufwand, den sie haben für ihr Wohneigentum, sprich der Zins, eine allfällige Amortisation und Nebenkosten, zusammen nicht mehr als ein Drittel vom Bruttoeinkommen ausmachen. Ich habe darauf verzichtet, bewusst ihnen jetzt hier ein Rechnungsbeispiel zu bringen von einer Musterhypothek, wie die passt sowieso auf keinen einzigen hier im Saal, wie durch jeden individuell, jeder ist in einer individuellen Lebenssituation, jeder hat ein individuelles Objekt, also es gibt kein Muster da. Für das sind schlussendlich wir Banken hier, dass wir mit ihnen das besprechen können. Sie haben aber auch andere Möglichkeiten, solche Investitionen zu finanzieren. Sie haben Spar- und Anlagegelder frei angespart. Sie haben die dritte Säule, die sie für Wohneigentum verwenden dürfen. Und den guten Ordnung halten, habe ich hier Pensionskassen erwähnt und vergessen Sie das wieder. Pensionskassengelder kann man zwar für Wohneigentum beziehen, aber Pensionskassengelder sind primär hier oder zu da, ihren dritten Lebensabschnitt abzusichern. Das ist für mich persönlich nur eine Notmassnahme, um so etwas zu ziehen, wenn es um eine Investition geht in eine Wohnimmobilie. Da würde ich noch auf die dritte Säule sprechen kommen. Das mache ich einfach jedes Mal wieder gerne. Ich weiss, wenn ich hier in den Saal schaue, sage ich ein paar dritte Säule, das war einmal, das kann ich leider nicht mehr. Aber es hat ganz bestimmte Leute im Saal, die noch profitieren können von der dritten Säule und die müssen jetzt die Ohren spitzen. Wenn Sie in die dritte Säule einzahlen, im Moment als Angestellten maximal 6.883 Franken im Jahr, bei einem angenommenen Grenzsteuersatz zwischen 25 und 30 Prozent sparen Sie mit, jedem Jahr, wo Sie das einzahlen, rund 1.800 Franken steuern. Wenn Sie das fünf Jahre lang machen, haben Sie gut 35'000 Franken auf der Seite. Sie können das nach fünf Jahren beziehen. Sie können alle fünf Jahre drei Säuleguthaben beziehen, bevor Sie pensioniert werden, wenn Sie es für das Wohneigentum investieren. dann zahlen Sie einmalig etwa einen Steuern drauf von 1'000 Franken und dann bleibt unter dem Strich 8'000 Franken, die Sie an Steuern eingespart haben. Jetzt kann man sagen, ja, 6'800 Franken muss ich jetzt erst haben, um einzahlen. Dann komme ich wieder auf die Hypothek zurück. Ich komme auf die aktuelle Zinslage zurück, die wir uns darin befinden. Ich kann dort ein Beispiel machen. Sie haben eine Hypothek, sagen wir 600'000 Franken, und Sie zahlen 1,25 Prozent Zins. Das sind 7'500 Franken Zins im Jahr, das sind 625 Franken im Monat. Viele von Ihnen hierin mögen sich vermutlich erinnern, wo wir Hypothekazinsen von fünf Prozent und mehr hatten. Das ist eine andere Grundvoraussetzung. Jetzt ziehen Sie sich wieder verinnerlichen. Sie sagen, ich zahle 625 Franken Zins im Monat. Jetzt wechsel ich den Blick weg und sage, ich bin Miete. Ich zahle locker 1'500 oder 2'000 Franken Miete im Jahr. Das heisst, Sie als Huseigentümer, Wohneigentümer haben ein Sparpotenzial von locker 500 oder 1'000 Franken im Monat. Und dann sind wir wieder bei dem Kesselchen, den man anlegen sollte. Wenn man das konsequent macht, und wenn man einen Plan hat für seine Leidenschaft, was für Investitionen das auf einem zukommen, dann kann man sich das eben auch ansparen und man muss vielleicht nicht auf die Bank fragen, ob man die Hypothek für 20'000 Franken erhöhen muss, sondern wenn man eine Gesamtsanierung macht, einen grösseren Betrag. Und dem macht es auch Sinn, wenn man über eine Hypothekarerhöhung redet. Lassen Sie mich das Beispiel noch fertig machen, mit diesen 8'000 Franken Steuersparnis auf der dritten Säule. Wir machen noch ein anderes Rechnungsbeispiel. Sie investieren in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ich nehme jetzt bewusst nicht die Preise, die wir gehört haben, sondern ein bisschen realistische. Sagen wir, Sie müssen 45'000 Franken investieren. Das ist ja nicht nur die Heizung. Sie haben dann noch ein bisschen Umgebungsarbeiten, noch Bohrungen und Elektrik und Molern und alles, was dazu kommt. Es gibt ein bisschen mehr. Sie haben 45'000 Franken Investitionssumme. Für die 45'000 Franken, jetzt komme ich zu den Bundessubventionen, die über die Kantone ausgeschüttet werden, können Sie mit, sagen wir mal, 6'000 Franken Subvention rechnen für die Wärmepumpe. Also haben Sie 45'000 investiert, bekommen 6'000 zurück. Dann sind wir bei 39'000. Dann haben Sie noch ein Steuersparnis, wie Sie haben auf die Wärmepumpe über die 3. Säune angesperrt. Dann ziehen wir 8'000 Franken ab, dann haben Sie noch 31'000 Franken, wo Sie eigentlich investiert haben. Dann haben Sie schon 14'000 Franken quasi Steueroptimierung und Subvention. Und von den 45'000, die Sie 6'000 bekommen, sind dann 39'000 abzugsfähig bei den Steuern. Und wenn Sie das abziehen bei den Steuern, nehmen wir wieder den Grenzsteuersatz von etwa 25%, dann sind 39'000 Franken, wo Sie abziehen. 25% gibt noch mal etwa 10'000 Franken Steuersparnis. Und dann ziehen wir das auch noch ab. Und dann kostet die Wärmepumpe bei 21'000 Franken. Und dann gehen wir die Rechnung zurück, was habe ich an Öl gezahlt, was habe ich an Gas gezahlt. Und dann sind wir vielleicht noch viel schneller im Abschreiben und der Kosteninsparung, die wir haben, auf einer energieeffizienten Lösung. Wenn es jemandem zu schnell gegangen ist, jetzt mit dem Zahlensalat, ich habe extra nicht geschrieben, ich habe ihn jetzt auf den Tonschein rübergebracht, dann kommen Sie nachher zu uns. Wir geben gerne Auskunft dazu. Also, sparen kann man auf verschiedene Arten und Weisen. man kann es auch für verschiedene Sachen einsetzen. Man kann es eben für künftige Investitionen, man kann es aber auch für den dritten Lebensabschnitt einsetzen. Wichtig ist, dass man es macht. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Was nehmen wir jetzt mit Hause, vom ganzen Abend oder jetzt von diesem letzten Teil. Wir haben es gehört, mehr Wohnkomfort. Wir haben eine Wertehaltung von Ihren Immobilien. Wir haben Fördergelder vom Bund. Wir haben einen Steuerabzug. Und wir sparen in der Energie und sparen Geld. In diesem Sinne, danke schön für Ihre Aufmerksamkeit und noch viel Spass beim Apera. Gut, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Es sind wirklich diese drei Sachen. Energie sparen, Geld sparen, ein Beitrag für die Zukunft. Für die, die nach uns auch mal hier Energie brauchen wollen. Und eben nicht das letzte Wohnkomfort. Wir wollen alle nicht sanieren. Und nachher geht es uns weniger gut als vorher. Ja, von dem her, glaube ich, haben wir versucht, von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Blickwinkeln darauf zu schauen, auf das Thema. Und gehen jetzt dann gleich zum gemütlichen Teil. Es war vielleicht auch gemütlich, aber vielleicht auch noch etwas gemütlicher, mit dem Glas in der Hand, wo wir sicher noch die individuellen Fragen dann können loswerden. Gelenkende Expertinnen und Expertinnen sind alle noch vor Ort und bereit, auch da Rede und Antwort zu stehen.